Hallo. Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und dir? Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Konrad. Und wie alt bist du, Konrad? Ich bin 14 Jahre alt. Okay, hast du Geschwister? Nein, ich bin ein einzig Kind. Aber hast du Hobbys? Ja, ich treibe Schwimmen. Seit wann treibst du Schwimmen? Ich treibe Schwimmen seit 5 Jahren. Wie findest du Schwimmen? Ich finde Schwimmen toll. Wie heißt dein Lieblingssänger oder deine Lieblingssängerin? Meine Lieblingssängerin heißt Camilla Cabello. Ihr Wollername ist Camilla Cabello Estrabau. Sie ist 20 Jahre alt. Sie hat kurze nase, braune augen, braune lange Haare und feine Lipen. Sie hat eine jüngere Schwester. Sie wurde am 3. März 1900-1990-1990-1990-1990-1990-1990-1990. Aber sie hat die Entscheidungen zum Verlassen der Gruppe und Solisten zu sein. Camilla Cabello ist super. Okay, hast du ein Lieblingssänger von Camilla? Ja, Havana und Crime in the Club. Okay, gut. Tschüss. 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 Tschüss.